Das große Sat.1 TV-Event. Du willst Medikus werden. Ich will nicht nur Schwangeren helfen, sondern allen Menschen. Arlene Langenwasser, Sie sind eine Frau. Ich will lernen und ich will helfen. Und ich weiß, dass ich das auch kann. Beeindruckt. Sie haben sich gestern operiert. Sie ist aufgewacht und dir ging's wieder gut. Was ist passiert? Sechs tote Frauen in der Kanalisation, direkt unter dem Krankenhaus. Und bei allem fehlt das Herz. Vielleicht habe ich den Schatten nach Ordnung geträumt. Nein, das war kein Traum, leider. Alles, was innerhalb der Mauern dieses Krankenhauses geschieht, bleibt auch innerhalb dieser Mauern. Wer tut sowas? Mannlosigkeit ist die beste Tarnung des Monsters. Hast du es? Hast du getötet, Gieser? Die Fortsetzung der Bestsellerverfilmung. Die Hebamme 2 am 16. Februar in St. Rens.